Probelauf, wie geht auch noch nicht mehr auf? Unsere Pisten, Freunde, das ist wie die Streift draußen in Tirol. Du musst schon auch gut sein, dass du runterkommst, sonst bist du im Fetzen. Florian, deine Meinung? Ein extrem Profi, ich werde dir mal das vorzeigen, aber bitte daheim nicht nachmachen ohne Training. Jawoll. Florian, bitte schön, weißt du, Gesundheit geht vor. Ja. Und geht. Eins, zwei, drei. So, Mander, jetzt machen wir mit Helmkamera. Geht. So, Leitlin, wir sind froh, wir kommen. Und ich bin froh, Mann. Ein Wunder. Horst Du, ein Wunder.